Uuuuh, gute Möder, ich bin so morgen heute... Was? Manu, mein Deutsch ist so schlecht. So, hallo, willkommen in der zweite deutsche Vlog. In der ersten Vlog... Es war so lustig, mein Deutsch ist so schlecht. Aber ich muss mit meinem englischen Akzent... So, es ist noch so lustig. Ich versuche meinen besten... So mache ich meinen Ton. Nicht so schwer und nicht so lustig und okay. Aber es ist nur der zweite Vlog. So, was muss passiert? Ich weiß nicht. So, es ist morgen. Warum so dunkel? Warum? Es ist sieben Uhr. Sieben Uhr morgen. Ja, Carola habe Arbeit zu früh. Montag, Montag, Dienstag, es ist früh. Mittwoch, Donnerstag. Es ist später bis 22 Uhr. Oder 9.30 Uhr. Carola steht auf von dem Bett. Ich muss auch. Ich kann nicht gehen nach... Schlafen. Ich kann nicht. So, ja, wenn ich war mir jünger und 17 oder 18 Jahre alt. Ja, kein Problem. Ich schlafe bis 10 Uhr oder 11 Uhr oder 14 Uhr. Ah, ich war jünger. So, jetzt ist der erste Vlog. Der erste deutsche Vlog. Es ist ein bisschen spät. Ich habe vergessen, zu machen eine Intro. Der beginnende Video. So, okay. So, ich gehe nach und re-edit. Re-edit? Ich weiß nicht, das ist richtig oder nicht. Meine Frau muss sagen, wenn sie von der Arbeit kommt. So, schnell, schnell. Ich mache eine Intro für das Video. So, ich muss... Ich weiß nicht. Ich muss eine Intro für den deutschen Vlog mit Musik oder Visual Effects. Oder ich weiß nicht. So, Visual Effects. Es ist sehr gut. Es ist so schnell. Und es ist super. Aber mit der Musik. Musik ist schön. Aber es ist ein bisschen langer. So, mit meinem Englisch-Sprecher-Vlog. Ich habe eine Intro mit der Musik. Und es ist 20 Sekunden langer. 25 Sekunden langer. So, ich weiß nicht. So, ja. So, sagen Sie mir. Wollen Sie was? Wollen Sie was? Musik? Oder Intro mit Visual Effects? Kaffe, 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 kaffe,... Aj, Scheisse. Das ist nur Wasser. Wo ist das Wasser? Scheisse. Oh ja. Ja, ja. Hitze an... 2 oder 3. So, es ist kalt, so Nummer 3. Ja, diese Woche ist es so kalt hier in Berlin. Letzte Jahre in England, es war nicht so kalt. Aber der Minimumgrad war 1 oder 0 oder 2, nicht so viel Minus. So, es war nicht so kalt. Es war nicht so kalt. Meine Sommerblume in dem Garten war noch funktioniert, ein Jahr später. So, normal in der Winter, der Sommerblume ist tot und dann du musst kommen mit neuen Blumen für den Garten, für den Sommer. Aber alles war noch funktioniert. So, noch leben. Ja, das ist besser. Noch leben, nicht noch funktioniert. Mein Deutsch ist sehr schlecht. So, gestern, ich möchte machen mit Staubsauger, aber es ist kaputt. Es ist nicht Sauger. So, es ist nicht so... Motor ist an, alles ist normal, aber es ist kein Sauger. So, okay. So, gestern in Mediamarkt. Wie kommen wir nach Hause mit Staubsauger? So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich das mache. So, okay. Es war nicht so teuer. So, okay. Aber ich möchte... So, heute möchte ich spielen mit das, aber ich habe keine Zeit, so morgens. Morgen früh. Nein, nicht so früh. So, ich will... Ich mache ein bisschen hier. Ja. Sehr gut. Ja, das Problem ist, die Marke auf der alten Staubsauger ist Hoover und es ist von England. So, das ist das Problem. Das Problem ist, ich habe die Garantie für die Staubsauger, aber es ist von England. So, die Garantie ist kaputt in Deutschland. So, es nicht so funktioniert. So, ja, so. Dicke Jacke oder Hoodie? Hm. Alle Personen sind mit dicke Jacke und Handschuhe. So, es ist kalt. Mehr Treatment. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ja. Ja. Ich gehe in der Arzt alleine und komme nach Hause mit deinem Frau. Tadaa! Surprise! Ja, Überraschung. So ist das in Deutschland. Überraschungsei. Ja, ja. Kinderüberraschung. Dienstag. Deutscher Dienstag. Schnee. Ja. Ich will kein Schnee. Ja, so. So, in der Fernsehen hier, es sagt, in Berlin hier, es ist Schnee. Und minus zwei, aber aus. Draußen. Draußen? Nein. Kein Schnee. Nicht Schnee. Wir wollen keinen Schnee. Wir wollen keinen Schnee. Ich möchte ein bisschen Schnee. Ich komme von England mit meiner... Schlitten. 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 Ja. Ah. Stein bisschen Schnee. Okay. So. Wir gehen in der Schlafzimmer. Für Essen. Hahaha. Nein. Für Schlaf. Und wer sagt, guten Nacht. Viel Spaß. Herzlich auf. Und bis morgen. Ja. Nee. Übermorgen. Übermorgen. Okay. Wir sind noch nicht. Wir warten. Not liebe locked. Der erste Weg.